Ja meine Leute, wie ihr in XM Start. Heute gibt es wieder eine Runde an das Dome und wir legen los auf dem Schlachtfeld. Genug Double Time, wir kaufen Shell Collector. Ich hoffe, euch geht es gut. Wenn ihr gut drauf seid, lasst jetzt ein Like da. Und wenn ihr noch nicht habt, natürlich auch ein Abo. Und dann schauen wir mal, was diese Runde so geht. Okay, ein Picky Eater. Nice one. Aber ich habe ein Double Buy Safe. Das heißt, ich freeze, kaufe Shell Collector Pair next turn, kann die Coin nutzen, kann rollen. Und kaufe dann einfach den besten Two Drop, den ich dort sehe. Und dann geht es weiter. Also, wie gesagt, wir gehen mit dem Shell Collector Pair, können einmal rollen und nehmen uns, nehmen wir uns den besten Two Drop? Gehen wir Voll Economy? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir gehen wirklich Voll Economy next turn. Wir nehmen den Swamp Striker, wir freezen für die zwei Economy Units. Und das sind auch Buffs für Swamp Striker. Das heißt, wir können nächste Runde potenziell ein Triple Buy machen. Können die beiden kaufen, beide verkaufen. Kriegen den Remerlock und den Water Droplet. Und zwei Gold natürlich. Und mit der Coin könnten wir eine dritte Karte kaufen. Nice, wir gewinnen. Wir gewinnen. Also, wir schauen rein, was wollen wir machen. So, das ist immer schwierig. 14 Minions beschwören. Können wir dadurch, dass wir hier Double Economy machen, eigentlich recht gut machen, ne? Sollen wir das probieren? Ich würde sagen, ja. So, wir kaufen die beiden Economy Units. Das habe ich gesagt. Rollen wir erst oder wollen wir Imp Prisoner nehmen? Weil der ja durch Death Rattle auch Sachen beschwört. Hängt ein bisschen davon ab, welcher Murloc, glaube ich, rauskommt, oder? Hm, der ist gut. Ich rolle, weil ich einen zweiten, weiteren Murloc wäre so stark. Leider nein, aber dann kann ich trotzdem einen Imprisoner kaufen. Insgesamt sehr gut. Nice one. Jetzt pushe ich Hardcore durch, die Quest zu vervollständigen, bevor ich anfange zu leveln. Deswegen ist die Frage, ob man den Patient Scout sogar freest, weil der einem halt noch ein weiteres Minion gibt zum Beschwören, ne? Hm, ich glaube, ich mache das mal. Ich könnte nächste Runde für vier Gold leveln, für drei Gold den Patient Scout kaufen und danach die Runde dann den Patient Scout verkaufen und einen Two-Drop discovern. Oder erst mal Water-Drop live verkaufen und schauen, ob ich den überhaupt verkaufen muss oder ob ich den etwas länger halten kann. Dagegen verlieren wir, klar. Ein gebuffter Trickster, was will man da machen? Aber nicht schlimm. Wir haben einen Gameplan. Mir gefällt das eigentlich ganz gut mit dem Wisdom Ball gerade. Hälfte von der Quest haben wir schon. Der trägt immer weiter dazu bei. Wir wissen, hier werden wir auch noch eine Unit draus kriegen. Es geht gut voran. Dafür freeze ich nicht. Ne, da gibt es bessere Einheiten. Wir wollen Murlocs haben. Shale Collector Triple wollen wir haben. Und alles, was uns zusätzliche Units zum Beschwören gibt, damit wir die Quest schneller fertig kriegen. Das ist zumindest ein Murloc, ne? Wir nehmen es mit. Wir rollen. Da hat es nix. Jetzt wieder ein Murloc. Deswegen würde ich sagen, muss der Patient Scout doch weichen. Oh! Was geht's los hier? Vier noch. Ja, komm. Ich trenne mich von dem Shale Collector. Nimm die auf jeden Fall mit. Und ich rolle noch irgendwas hier durch. Es ist völlig egal, was ich hier durchrolle. Es geht dabei jetzt gerade nur da drum. Den freeze ich, den Tad. So, damit müsste ich ja zu 100% safe die Quest nächste Runde haben, richtig? Weil er beschwört und er beschwört. Ich beschwöre sogar eine Unit mehr, als ich müsste. Ich hätte gar nicht auf Scaliwag enden müssen, sondern ich hätte auf was anderem, zum Beispiel dem Juggler enden können. Das wäre sogar besser gewesen, weil ich durch den Imprisoner natürlich Potenzial habe. So, er hat seinen Bran natürlich. Ich habe dafür Wisdom Ball. Mal gucken, wer die Murlocs hier first groß kriegt. Erstmal hat er natürlich mehr Potenzial durch den Bran. Sobald ich den Bran habe, sollte ich ihn aber überholen können. Weil Random Naga bringen ihm nichts. Ich nehme das weg. Ich sage mal so, ne? Auf vier gelevelt und zwei goldene Units bekommen. Da könnte doch mal ein Bran dabei sein, oder? Ich gucke erst, ob ich einen Bran kriege, bevor ich King Begurgle spiele. Leider nein. Nein. Werde ich noch mal verlieren in Zeitna? Werden wir sehen, ob ich noch mal verliere. Könnte passieren, ja. Also, ein Blue Shell nimmt man immer dann, wenn in den Fünfer-Discover nichts Gutes drin ist, was einem nichts bringt, weil dann hat man potenziell natürlich mehr Gold dadurch. Sonst nimmt man den nicht, ne? Man nimmt den nicht instant, weil man sich denkt, okay, geil, ein Blue Shell. Weil wenn ihr discovert, solltet ihr immer natürlich den 5-Drop nehmen, der am allerstärksten ist, weil ihr durch Entdecken an eine höhere Tavern-Tier drankommt, als ihr eigentlich gerade zur Verfügung habt, ne? Weil ihr sonst ja nur 4-Drops und alle 4-Drops sollten theoretisch schlechter sein als die 5-Drops, die ihr da entdecken könnt. Es sei denn, die 5-Drops passen überhaupt nicht in eurem Bild, wie es jetzt gerade der Fall war, dann ist natürlich Gold besser, weil ihr dann lieber Units auf Tavern 4 kauft, die in eurem Bild passen, statt 5-Drops, die nicht in eurem Bild passen. Deswegen lohnt sich dann Shell Collector doch manchmal. Ansonsten ist das eher eine Karte, die man eher nur kauft im Shop, wenn man gerade verloren hat, um mehr durchzurollen halt, ne? Aber eher untypisch, dass das eine Unit ist, die man discovert. Ich hab zwar gewonnen, aber ich muss mich trotzdem davon trennen, weil das hier wieder ein Triple ist und somit wieder eine Chance auf den, auf den, äh, Ran. Und schon wieder hitte ich nicht. Das ist ärgerlich. Dann level ich. Hm. Ich hatte jetzt, äh, drei Triple, richtig. Ich hab zwei selber getrippelt, also den Swamp Striker hab ich getrippelt und, äh, den... Überleg gerade, was hab ich denn gerade noch getrippelt? Den Droplet. Vorher hab ich natürlich den goldenen, äh, Salimental bekommen über Wisdom Ball. Hier. So, jetzt ist es natürlich schön, den Brand zu finden. Lookout ist gut. Den nimmt man natürlich. Den nimmt man. Wo ist der Brand? Leider nein. Hm. Anstatt irgendwas in random Five- oder Sixdrop zu verwandeln, rolle ich, glaube ich, lieber. Das bringt mir mehr. Sag mal so, ne? Hm. Lieber Ted oder lieber Swolfin? Oder Seah. Sind alle gerade gut. Aber die hab ich im Shop. Kann ich mir auch kaufen. Guck mal, nächste Runde. Ja, einfach Bord voll Swolfin. Können wir auch machen. Den Brand brauch ich halt. Er hat auch Brand Murlocs. Brand hat Brand Murlocs. Und Eudora out-Murlockt uns. Das ist nicht cool. Gut, dass wir den Brand da töten. Das sind fünf Schaden, die wir sonst mehr gekriegt hätten. Puh. Okay. Ja, ich hab den Brand nicht. Die beiden haben den Brand. Es wird schwierig, mit Murlocs mitzuhalten, ohne Brand. Bin ich ganz ehrlich. Äh, I'm early. Ja. Der bringt's mir nicht. Der bringt's mir nicht. Ich rolle. No me. Ich brauche keine Sixdrops. Das bringt... Es sind mehr Stats, wenn ich so rumspiele. Ich nehm weiter Uther mit. Es ist ein Problem, keinen Brand zu bekommen, sag ich ganz ehrlich. Random Highdrops grad gekriegt, auch wenn das nicht nach Highdrops aussieht. Hm. Hm. Also... Ich weiß nicht. Ohne Brand sind das unsere Stats. Die sind einfach gecappt, mehr oder weniger. Hm. Und man muss dazu sagen, wir haben noch nicht ein einziges Mal, äh, Tox finden. Oh, er hittet meine größte Unit. Pff. Okay. Er hat halt extrem viel AP, aber sonst nichts. Aber er wird halt viel spawnen, ne? Im Mama war halt sein bestes Target. Sollte trotzdem überhaupt kein Problem sein, im Endeffekt. Am Ende des Tages geht das dann doch. Wir suchen Brand. Wir suchen Brand. Brand, 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 Brand. Come on. Wir haben die besten Voraussetzungen, das Ding hier zu gewinnen. Und finden den Brand einfach nicht. Nein, nein. 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 Stellen wir vor, wir hätten ein Brand gehabt, Leute. Das wäre der beste Shop aller Zeiten gewesen. Ach, falsch. Ich wollte eigentlich einen Battlecry Murdoch nehmen. Naja. Gucken wir mal rein. Okay. Gucken wir mal hier rein. Okay. Und das Divine Sheep vielleicht noch da drauf geben. Zu much zu tun. Ich habe auch nicht gefreezed. Weil Brand ist halt wirklich Priorität. Ah, er hat aber überall scheiße Gift bekommen. Ah, er hat aber überall scheiße Gift bekommen. Alter, er ist prädestiniert dafür, Hardcore zu forcen. Ähm. Einfach nur Pirates zu spielen. Aber er forst halt Murlocs durch. Hätten wir Divine Sheep mitgenommen, hätten wir noch einen Trade mehr gewonnen und hätten ihn wahrscheinlich hier sogar fast töten können. Warum habe ich nicht gefreezed? Warum habe ich nicht gefreezed? Naja. Da geht gerade alles nach hinten los. Ich brauche den Brand einfach. Wie lange muss man Hardrollen, bis man einen Brand findet? Da ist einer. Endlich. Jetzt kann es losgehen. Das interessiert mich alles nicht. So, das ist Gold. Das sind Stats. Das ist Stats. Rollen. Weg. Rollen. Zack. Rollen. Ist egal. Ist das mehr wert, wenn ich das weg tue? Jetzt kriege ich keine Murlocs mehr. Dieses Game fuckt mich so ab. Ein Murlocke kriegt. HP spielt keine Rolle mehr, oder? So. Jetzt aber. Ich möchte durchrollen. Ich möchte, dass Wisdomball mir Shops mit Divine Shields gibt, in denen Murlocs drin sind. Und dann werde ich mir Primalfin Lookouts holen. Toxfins discoveren. Und einfach ein volles Board Divine Shield. Poison spielen müssen. Weil wir wissen, wir haben hier einen Typen, der schon seit Ewigkeiten Poison und Bran und Murlocs spielt. Wir wissen, selbst der Pirate Player forst ein Hardcore-Poison-Bild. Der Bran forst ein Hardcore-Poison-Bild. Hier haben wir Demons. Okay. Und hier haben wir Demons, auch okay. Und hier haben wir Demons. Wir haben drei Leute, die Demons spielen, in der Lobby, wo vier Leute Murlocs spielen. I don't know why, aber machen sie es scheinbar. Sollte man nicht machen, ist nicht clever, weil Demons halt keine Utility haben, aber sie machen es. Er versucht sich die Utility jetzt über den Selfless zu holen. Mal gucken, wie viel Erfolg er damit hat. Aktuell noch ja, aber ich habe keinen Poison. Aber dann irgendwann auch nicht mehr. So, jetzt gewinnt er. Ist okay für mich. Aber nächste Runde, wenn ich fünfmal Poison entstehen habe, hat er halt keine Chance mehr. Also versteht man nicht wirklich. Naja. Ich lasse den gehen. Mechs sind nicht drin, das heißt, der bringt mir eigentlich nichts. Dann nehme ich lieber das Gold. Und das Gold. Toxwin. Toxwin. Und dann fange ich an zu rollen, damit Wisdom Boy mir mehr von denen gibt. Leider war da kein Murloc mit im Shop. Das sind Stats. Ich hatte verloren, ja. So, den wollen wir. Zack. 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 Was kriegen wir hier? Brauchen wir nicht. Dann können wir nochmal rollen. Kriegen wir hier. Können wir darauf enden. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Dann gehen wir dem mal Poison. Wir rollen. Brauchen wir nicht. Da ist noch ein Toxfin. Vielleicht der auch noch Poison. Zack. Können den noch durchtauschen. Ich glaube, es ist okay, hier auf Rolls zu gehen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ich nehme trotzdem irgendwas mit. Ich nehme Taunt mit. Vielleicht, wenn der immer noch den Leeroy vorne stehen hat, geht der dann hier rein. So. Guck mal. Ich glaube, wir hätten vier Runden früher diesen Scheiße gehabt. Das interessiert nicht. Das interessiert sowieso nicht. Wo hittet der? Ist egal, weil der zweite Trait tötet ihn und fertig. Genau. Neun. Dead. Man spielt halt nicht auf Demons. Man hat gemerkt, er musste von Demons auch sofort wieder switchen auf Scam. Hat halt nicht gereicht. Tod. Dead ist halt Geld. Wir haben nicht verloren. Diese Runde bringt mir Shell Collector nichts. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Wo ist jetzt mal der volle Lookout-Job? Vielleicht schaffen wir es zu bumpen. Ich weiß halt nicht, wenn die Mantid Queen den Adapt bekommt. Könnte es sein. Ansonsten schauen wir einfach mal. Free sich für einen Bran und einen King Begurgle. Nein. Was ist es überhaupt noch wert? Lookouts sind es wert, weil die quasi gratis sind. Toxfin, einen noch, ja. Ansonsten. Boah, ist es in den wenigsten Fällen überhaupt noch wert. Aber man könnte es mitnehmen, weil wenn man einen Triple Brand kriegt. Ja, wenn, dann kriege ich vielleicht einen Shop, wo Double Brand direkt drin ist. Dann nehme ich ihn mit. Ansonsten. Also bei Wisdom Ball ist das halt nicht unwahrscheinlich, ne? Sonst wäre es unwahrscheinlich, einen Double Brand Shop zu kriegen. Aber bei Wisdom Ball passiert das durchaus. Okay, vielleicht habe ich wirklich die Gelegenheit, hier zu bumpen. Tu ich leider nicht, aber mein Thorn bammt das. Von daher okay. Das Divine Shield hat gebammt. Und damit sollte das wieder ein Unentschieden sein. Ja, schön. Und wir suchen weiter. Einmal den Shop quasi kopiert, ne? Also, den müssen wir durchrollen. Gibt keine Rolle, die Scheiße. Äh, ein Triple bringt mir nichts. Ein Triple ist höchstens ein Goldverlust, weil ich den nicht mehr verkaufen kann. Ich hätte anstatt auf dem Brand auch auf dem Merlock enden können. Hätte keinen Unterschied gemacht. Der Brand tradet genauso wenig wie das. Dann hätte ich freezen müssen, was ich auch nicht wollte. Die Idee war es zu bumpen, weil ich gedacht habe, er hat nur ein Selfless mit Taunt, aber... Hm. Und dann kriegt der Brand das Divine Shield. Schöne Scheiße. Und er gewinnt das knapp. Hm. Weil der Brand das Divine Shield gekriegt hat, statt eine der großen Unents hinten. Aber okay. Es sind nur noch die vier Merlock-Player am Leben. Sollte das nicht Indiz genug für Blizzard sein, dass Merlocks ein Problem sind? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das alleine ausreichen sollte, um denen zu sagen, hey, hier ist ein Problem in eurem Spiel. Ist ein... Wäre eine Idee zumindest, sag ich einfach mal. So, Selfless soll reingehen, sterben, gibt mir vier Divine Shields durch den Barron, dann soll Barron selber was bumpen. Wenn er noch hier hinstellen, dass er dann bumpt. Ist ganz okay. Können wir das auch so machen. Was fehlt? Nur noch Poison auf der Unit. Oder halt Units, die direkt Divine Shield hätten. Wir beschweren uns nicht. Wir haben einen Merlock, der direkt Divine Shield hat. Wir haben den goldenen Selfless. Der goldene Barron wäre ein Divine Shield mehr auf dem Board. Der Double triggert den Selfless gerade. Und ja, das Problem ist, dass er selber eins der Divine Shields kriegen kann und damit einer der Merlocks es nicht bekommt. Aber das ist dann halt so. So, er hat auch einen goldenen, was mir komplett egal ist. Denn ich bumpe da clean. Kriege vier Divine Shields und damit habe ich mehr Trades als er und das müsste eigentlich passen. Meiner hat leider nichts gebumpt. Aber da ist es clean und damit ist es gut. Poisen wären auch gut auf ihm. Ansonsten. So, es ist halt wirklich irrelevant, wie viele Stats man hat. Weil stellt euch vor, die Viecher von ihm hätten keine, äh, keinen Poisen gehabt. Dann hätte er trotzdem gigantisch riesige Merlocks mit alle über 200 Stats oder so. Und dann hat er trotzdem noch Poisen. Also was, das ist irgendwie nicht okay. Muss man ganz ehrlich sagen, dass Blizzard da, äh, irgendwie nicht ganz aufpasst. Aber, egal. So, damit kann ich tauschen, falls ich einen Toxfin noch finde. Oder ich mach den halt golden. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ist es besser, den zu verkaufen und noch einen Safeless aufzustellen? Keine Ahnung. Wir finden es heraus. Und, äh, werden ja sehen. Der ist der Technik halt bei weitem nicht so groß, wie der, äh, wie Yudora war. Hat dafür aber, ähm, einen Leeroy zum Kontern, ein paar Divine Shields. Joa, spannend. Ich hoffe, der verzögert den Leeroy nicht. Hm. Hat den Leeroy gar nicht mehr. Hat sich dafür entschieden, pull Divine Shields zu gehen. So wie ich es quasi auch gemacht hab. Ich hab gebammt. Sehr gut. Könnte nochmal bampen, potenziell. Tue ich leider nicht. Was nicht schlimm ist. Doch, aber er bampt danach. Was gut ist. Da gebammt, da gebammt. Da. Ah, er, sein Baron macht auch einen Bump. Und dann kommt der Final Trade. GG. Murlocs are broken. Komplette Top 4 sind Murloc-Player. Wissen's alle. Ich weiß nicht. Das Game zeigt's ganz gut. Ich hoffe, Blizzard sieht's auch irgendwann. Trotzdem hoffe ich, dass die Runde euch Spaß gemacht hat. Auch wenn es immer wieder ätzend ist, dass man dazu gezwungen ist, Murlocs zu spielen. Nichtsdestotrotz hoffe ich allgemein, dass der ganze Channel euch hier Spaß macht. Wenn das so ist, lasst uns doch gerne mal ein Abo da. Für Hate auf Murlocs gerne rein in die Kommentare. Und ansonsten Glocke, Like nicht vergessen. Ich wünsche euch eine geile Zeit und ich bin raus. Ciao. Wir haben im Ruhe gezwungen. Untertitelung des ZDF, 2020